Die Carl Valentin GmbH hatte über 90 Jahre Zeit, sich als einer der weltweit führenden Anbieter kompletter Etikettiersysteme zu etablieren. Das merkt man an der Professionalität, die das Unternehmen bei seinen ebenso innovativen wie zuverlässigen Produkten an den Tag legt. Doch neben fortschrittlichster Technologie steht immer die Lösung im Vordergrund, die den Kunden in dessen Geschäftsprozessen bestmöglich unterstützt. Carl Valentin verfügt über ein außerordentlich breites Portfolio selbstentwickelter, hochleistungsfähiger Geräte, das renommierte Kunden aus nahezu allen Branchen weltweit zu schätzen wissen. Von Standalone-Modulen für multifunktionale Etikettierung, Übereinbauelemente und Direktdruckwerke bis hin zu RFID-Komponenten und individuellen Sonderanfertigungen. Abgerundet wird das Angebot durch intuitiv bedienbares Software zur Etikettengestaltung sowie passendes Zubehör- und Verbrauchsmaterial. Erstklassiger Service bei Wartung und Support inklusive. Da von Entwicklung bis Produktion alles aus einer Hand zur Verfügung steht, herrschen selbst für die Realisierung aufwendiger Sonderlösungen optimale Bedingungen. Die Herstellung auf High-End-Niveau ist gemäß ISO 9001 zertifiziert. Zudem verfügt das Unternehmen über ein weitreichendes Netzwerk internationaler Vertretungen und Handelspartner. Die einzigartige Kombination aus Tradition, Qualität und Innovation macht jede Investition in Karl-Valentin-Systeme zu einer Investition für die Zukunft. Karl-Valentin. Qualität. Tradition. Innovation.